So, meine Freunde, willkommen zu einem kleinen Infovideo meinerseits und in diesem Infovideo möchte ich euch auf den Stand der Dinge bringen, also weshalb keine LPs kommen und wie es jetzt in Zukunft weitergehen wird mit diesem Channel etc. Pepe, oh yeah. Gut, fangen wir jetzt erstmal damit an. Also wieso keine LPs kommen. Ja, in letzter Zeit habe ich jetzt nicht so wirklich Zeit. Ja, in letzter Zeit habe ich nicht so viel Zeit. Bestes Deutsch ever. Ja, ich habe halt nicht so viel Zeit, um LPs aufzunehmen, weil Schule und dann kommt noch das Dubben hinzu, was in letzter Zeit wirklich ziemlich wichtig für mich geworden ist, aber dazu kommen wir erst später. Und deswegen ist das so mit dem Video so eine Sache an sich. Ich habe jetzt zwar noch ein paar Videos, die ich auf Vorrat habe, die ich noch nicht gerendert habe und die will ich jetzt die Tage auch noch hochladen. Und wahrscheinlich werde ich mich am Sonntag oder am Samstag oder whatever so zwei, drei Stunden hinsetzen und wirklich exzessiv aufnehmen, ne. Ja, so werde ich das tun. Versuche ich zumindest. So, ähm, zweite Sache. Ja, wie gesagt, die Videos werden halt kommen, wenn ich Zeit finde, das Ganze zu machen. Ich weiß, dass es für einen Kanal wirklich schrecklich ist, dass keine Videos kommen und so werden halt die meisten Abonnenten irgendwie zu gleichen Abos. Und, ähm, ja, eben das wollte ich eigentlich auf meinem Kanal verhindern, aber ist leider schon passiert, aber was soll man machen? Da gibt es wenigstens noch ein paar, die wirklich fleißig mitkommenzieren und das finde ich immer wieder geil. Arigato! Dasaimas! Ich glaube, irgendwie so war es, oder? Scheiße, scheiße, weiß ich nicht. Arigato! Wir belassen es dabei, gut. So, ähm, das nächste. Dubben. Ja, wie sieht es jetzt damit aus? Ich bin jetzt wirklich auf dieser Schiene, wo ich sage, komm, weißt du was? Du willst Synchronsprecher werden und das schaffst du auch irgendwie. Ich verbessere mich ja stetig... Stetig? Ja. Zuerst muss das hier weg, ne? Ich verbessere mich ja irgendwie Schritt für Schritt und, ähm, ja, ich merke das ja selber. Und deswegen, ähm, ich werde wahrscheinlich in nächster Zeit auch, äh, mehr Fokus auf meinen Dabba-Channel legen, weil... Weil ich mich da halt irgendwie verbessern will. Ich will halt keine Schauspiel-Ausbildung haben und dafür halt so mega viel Geld ausgeben. Das ist einfach nicht mein Ding, ne. Das kostet auch viel zu viel. Deswegen mache ich das lieber so, dass ich, ähm, erst mal so, na, die ganze Zeit über so ein paar Jahre übe und mich dann irgendwo anmelde. Ich glaube, ich werde das in einem Part irgendwann auch mal richtig deutlich sagen. Und pipapo, pipapo. So, ähm, ja, den Link zum Dabba-Channel wie immer unten in der Video-Beschreibung. Hehe. Haha. Kawaii. Oh Gott, nein. Ich hab Halsweh. Man merkt es vielleicht, ja. Das liegt am Dabben. Ist halt nicht so einfach, der Job, ne? Ne. So, ähm, ja, was gibt's noch? Äh, genau, darüber wollte ich auch noch kurz ein Wort verlieren. Und zwar, äh, hab ich gemerkt, dass die Let's Plays, also, beziehungsweise ein Let's Play, das Pokémon Let's Play, nicht so gut ankommt, wie ich es dachte. Also, ich hätte schon gedacht, dass Pokémon Weiß 2, ja, ne kleine Fanbase haben würde, aber anscheinend ist das nicht der Fall. Deswegen, ähm, meine Frage an euch wäre, nach diesem Pokémon-Projekt, das dauert jetzt auch nicht mehr so lange, da bin ich mir auch hundertprozentig sicher. Ähm, was würdet ihr gerne sehen? Schreibt's unten in die Kommentare. Natürlich sollte es ein Pokémon-Spiel sein. Und, äh, am besten wäre irgendwas von der zweiten Gen. Also, Pokémon SoulSilver hab ich ja jetzt schon gemacht. Pokémon Platin hab ich auch schon gemacht. Ähm, Pokémon Weiß 2, beziehungsweise Black 2 hab ich gemacht. Weiß 2 bin ich gerade am machen. Auf Schwarz hab ich keinen Bock. XY, mh, so eine Sache an sich. Ihr wisst ja, Capture Card. Ähm, Smaragd hab ich jetzt nicht so wirklich Motivation, weil das eine Nuzlocke LP, das eine Nuzlocke LP, ist das richtig gedeutscht, äh, war schon ziemlich geil. Und deswegen, ich hab jetzt nicht wirklich Bock, das Ganze nochmal von neu aufzunehmen, aber ich glaub, ihr versteht mich da auch irgendwo. Ähm, was aber wirklich gehen könnte, wäre, ähm, ne, Kristall, Silber oder Gold, Nuzlocke. Also, da wär ich definitiv dabei. Könnte auch im Vorrat, ähm, äh, Voraus ein bisschen aufnehmen, also das wär definitiv nicht das Problem. Und, ähm, ja. Ich könnte auch Hex, let's playen. Genau, das könnte ich euch fragen. Was für Hex würdet ihr gerne von mir sehen? Äh, es sei gesagt, dass mein Englisch so, nicht so doll ist. Ich nix Englisch können. I. If you know what I mean. Hehe. Gut, ähm, damit hätten wir das jetzt auch abgehakt und im Hintergrund hört ihr einfach nur E-Pesche Musik. Einmal das Code Geass Ending, das fünfte Code Geass Opening und, äh, von Steins Gate, Hacking to the Gate. Alle Links zu den Musiktit... Äh, la, la, zu den Musiktiteln findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und, wie gesagt, schaut mal auf den Dabba, auf dem, meine Güte, auf dem Dabba-Channel vorbei. Und, ähm, ja. An sich war's das jetzt von meiner Seite aus. Ich hoffe, dass, äh, euch das jetzt nicht so gestört hat, dass nix kam. Aber, naja, wen soll's jetzt wirklich stören? Ähm, ja, wie gesagt, in den nächsten Tagen versuch ich da halt wieder, äh, so ein bisschen mehr Fokus auf meinen, meinen Let's-Player-Channel zu richten. Wobei der Haupt-Fokus, ja, mir fällt da grad kein anderes Wort dafür ein, äh, auf meinem Dabba-Channel liegen wird. Also zumindest für einige Zeit. Ja, ist halt einfach so. Ich will mich halt ein bisschen verbessern in dem Bereich und, ganz ehrlich, ich, mir ist beides wirklich sehr stark ans Herz gewachsen und ich will keins von diesen zwei Dingen verlieren. Nee. Das wäre wirklich das Letzte, was ich will. Gut, damit hätten wir jetzt alles, äh, die Fragen hab ich euch ja schon gesagt. Also, wollt ihr irgendeinen Hack von mir sehen? Wenn ja, ab in die Comments, äh, schreibt den Namen dahin. Ich such mir da was aus und könnte eventuell mal ein Let's-Test oder wirklich ein ganzes Let's-Play davon machen, wie es am Ende aussehen wird. Das steht noch in den Sternen geschrieben. Und, ähm, ja, eine Kristall-Naslog wäre so eine Option, die ich wirklich vertreten würde. Würdet ihr euch das wirklich angucken? Weil, ich glaub, das wird ziemlich lustig. Also, so Retro-Action. Ich könnte aber auch irgendwas auf dem Gamecube oder so zocken oder auf der N64. Darauf hätte ich auch Bock. Ich hätte Bock auf Majora's Mask. Eigentlich hatte ich vor, das, ähm, vor ein paar Tagen aufzunehmen. Doch, äh, ja, äh, Halsschmerzen und so, ne? Ja, was soll man machen? Aber wahrscheinlich wird noch ein Zelda-LP kommen. Und, ja, was heißt ja wahrscheinlich? Je nachdem, was ihr jetzt sehen wollt. Weil ich hab bemerkt, dass Zelda jetzt nicht wirklich die absolute Granate auf meinem Channel ist. Deswegen, ähm, mal gucken, wie das am Ende ankommt. Vielleicht mach ich ein Let's-Play. Vielleicht nehm ich alles erstmal im Vorrat auf und lad das einfach dann hoch, wenn ich keine Zeit habe. Oder, äh, whatever. So! Puh! Das war jetzt ein Infovideo und, ja, ich hab schon ziemlich lange nichts mehr aufgenommen. Das ist echt so. Ist schon ein bisschen her, ne? Krasse Scheiße. Gut, äh, Leute. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Schreibt einen Kommentar. Wie gesagt, schaut auf dem Dabba-Channel vorbei. Ich wünsche euch noch was. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Oder was für eine Tageszeit jetzt auch immer ist, wo ihr das Video guckt. Ja, kann man warten. Und, ja, meinen Humor hab ich jetzt nicht so wirklich verloren. Ist nur ein bisschen eingerostet, aber sonst wird's schon. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zu einem LP oder zu einem Dab. Wir sehen uns das nächste Mal. Gleiche Welle. Gleiche Stelle. Boah, das hab ich lange nicht mehr gesagt. Ciao. Haut rein. Euer Matt. Deine Ben enfim. Bei dir. Untertitelung des ZDF, 2020